Hi, im heutigen Video möchte ich gerne zeigen, wie du mit MicroPython am ESP32 eine kleine Schaltung aufbaust und über eine Webseite diese dann mit kleinen Tastern halt steuern kannst. Wie hier zu sehen, habe ich einfach mal vier Komponenten am ESP32 angeschlossen und über diese Webseite kann ich ganz einfach diese dann halt ein- und ausschalten. Für die Schaltung verwende ich wieder den ESP32D1R32, ein paar LEDs, ein Relais Du kannst dann natürlich auch einen Motor anschließen oder so weiter. Es gibt auch so eine coolen kleinen multifunktionalen Shields, die haben zum Beispiel auch LEDs und Relais und noch andere Sensoren und Aktoren verbaut, wie zum Beispiel Taster oder RGB-LEDs zu natürlich noch sehr viel weitere Möglichkeiten. Aber heute soll es erstmal nur um so ein paar LEDs gehen, dann die Vorwiderstände, dann brauchen wir noch Breadboard-Kabel, das Relais, dann brauchen wir für das Relais andere Breadboard-Kabel, die auf der anderen Seite eine Buchse haben und ein Micro-USB-Kabel. Mehr brauchen wir heute mal nicht. Die Schaltung siehst du hier links eingeblendet, aber die bauen wir gleich zusammen auf. Kommen wir jetzt nun, wie gesagt, zur Schaltung. Die Schaltung am Breadboard ist eigentlich ganz einfach. Wie du eine LED an einen Mikrocontroller anschließt, weißt du bestimmt schon. Die LED hat hier zu sehen ein kurzes Beinchen und ein langes. Das kurze Bein ist für den Minuspol, den verbinden wir halt nach unten mit dem Vorwiderstand auf die blaue Leiste und an diese blaue Leiste klemmen wir dann halt unseren Minuspol an, also das schwarze Kabel, welches an Ground geht und an den LEDs jeweils die Datenpins, welche an die GPIOs geht. Die grüne LED, die klemme ich an den IO16 und den roten an IO17 und den gelben, den klemme ich halt an IO14. Das ist auch die Belegung vom Red Shield von OpenSmart. Das übernehme ich einfach mal für diese Beitragsreihe. Du kannst natürlich auch frei andere wählen, welche dir halt jetzt besser passen würden. Das Relais wiederum hat eine kleine Dreifachstiftleiste, wo die Pins halt mit VCC, IN und GND beschriftet sind. An innen kommt unser GPIO, an VCC unsere 5V Spannungsversorgung und an GND natürlich unser Minuspol, also Ground. Für VCC verwende ich mein rotes Kabel und für Ground mein schwarzes. Wenn man sich immer daran hält, dann kann man so eine Schaltung, wenn man die einmal aufgebaut hat, immer besser verfolgen, wo jetzt die Spannung langläuft und wo halt die GPIOs langlaufen. Der ESP32, in meinem Fall, liefert 5V. Es gibt andere Module mit ESP32-Chip, die haben nur 3,3V. Da müsstest du dir halt eine externe Stromversorgung noch irgendwie besorgen. Nachdem die Schaltung jetzt aufgebaut ist, klemmen wir jetzt noch schlussendlich das Micro-USB-Kabel an und verbinden einmal unseren Mikrocontroller samt Schaltung mit dem Computer. Wenn das geschehen ist, dann testen wir einmal unsere Schaltung. Ich habe hier ein einfaches Programm, welches die Komponenten ein- und ausschaltet. Ich sehe also, alles leuchtet und blinkt und so weiter, also funktioniert das. Und wir können uns mit der Webseite jetzt befassen. Die Webseite schreibe ich in Notepad++. Das ist ein multifunktionaler Editor, da kannst du auch drinnen programmieren und so weiter. Aber wir wollen uns erst mal die Webseite anschauen. Im Kopfbereich habe ich die Bilder für die kleinen Lämpchen, welche du am Anfang gesehen hast, als Base64-String abgelegt. Das heißt, diese Bilder existieren jetzt nicht mehr als Datei, sondern halt als Zeichenkette in der Webseite selber. Das macht es für mich einfacher, später die Bilder zu setzen, weil sonst müsste man die ja auch nochmal als Ressource laden. Innerhalb unseres Dashboards gibt es halt einen Button für jede Funktion, also für jede LED oder für das Relais. Und dort rufen wir halt die Funktion Toggle auf mit dem Index. Innerhalb von JavaScript lege ich mir noch als Konstante gefühlt die IP-Adresse ab und in der Funktion Toggle baue ich mir die URL zusammen und rufe dann ein Ajax-Request auf. Und wenn dieser erfolgreich geladen wurde, dann lade ich die Webseite halt neu. Eigentlich ganz einfach, simpel. Du musst ja hier auch den Code nicht abschreiben. Das Ganze findest du nochmal auf meinem Blog, welchen ich dir halt unter diesem Video verlinke. Wenn die Seite fertiggestellt ist, müssen wir diese noch auf dem Mikrocontroller kopieren. Dazu nutze ich das Programm TONY. Hier habe ich einmal schon die Verbindung mit dem Mikrocontroller hergestellt und es existieren bereits ein paar Python-Dateien. Und ich habe in den Ordner gewechselt, wo meine Webseite liegt. Da klicke ich jetzt nun auf die Datei mit der rechten Maustaste und wähle aus dem Kontextmenü Upload to. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann ist meine Webseite auf dem Mikrocontroller und ich kann diese von dort aus laden. Wie du Dateien vom Mikrocontroller lädst, habe ich dir bereits in einem Video zuvor gezeigt. Aber gerne verlinke ich dir das hier oben einmal und du kannst dir das halt nochmal im Detail anschauen. Schauen wir uns nun einmal an, wie das kleine Programm in TONY programmiert wird. Zunächst einmal brauchen wir ein paar Imports. Die Datei Secrets, die hier als Reiter zu sehen ist, enthält nur die Verbindungsdaten für mein Wi-Fi-Netzwerk, weil das wollte ich jetzt hier im Video nicht öffentlich zeigen. Und natürlich benötigen wir noch die Deklaration für unsere LEDs bzw. das Relais, da wir diese ja an die bestimmten GPIOs angeschlossen haben. Im nächsten Schritt bauen wir einmal die Wi-Fi-Verbindung auf. Das ist in diesem Fall nur ein Dreizeiler. Und wenn das aufgebaut wurde, dann geben wir das halt auf der seriellen Schnittstelle aus und wir können dort halt die IP-Adresse ablesen, welche wir dann später im Browser eintragen. Und damit wir unsere Webseite auch an den Client ausliefern können, benötigen wir einen HTTP-Server. Diesen bauen wir halt ganz normal auf. Das habe ich dir ja auch bereits gezeigt. Und wenn dieser gestartet wurde, geben wir die Adresse von diesem auch auf der Schnittstelle halt aus. Hier sehen wir 4 mal die 0. Das bedeutet ergo, dass dieser halt auf der IP-Adresse ESP32 läuft mit dem Port 80. Zusätzlich lege ich mir die Felder von den Styles für Image-On und Image-Off noch in Variablen ab, damit ich da halt besser drauf zugreifen kann. Wenn sich ein Client verbindet, dann erhalten wir halt den Response. Diesen decode ich mir in die Variable Data. Und dort kann ich jetzt nun prüfen, ob zum Beispiel der String Toggle ist gleich 0 enthalten ist. Ich müsste mir den sonst unständlich parsen und so weiter und so fort. Aber ich möchte ja nur wissen, ob halt im Request das enthalten ist. Und wenn das enthalten ist, dann setze ich ein paar Felder und setze die Variable HandleRequest auf True, so dass ich halt dann je nach Status des Pins sozusagen die LED ein- oder ausschalte. Also recht easy. Und das mache ich halt für alles. Im nächsten Schritt laden wir unsere Datei Website.html in die Variable Website. Und das mache ich halt zeilenweise. Das hat halt den geschmeidigen Vorteil, wenn wir jetzt die Webseite im Browser dann halt untersuchen würden, dann sieht die auch vernünftig aufgebaut auf. Wenn wir jetzt .strip noch an die Line anhängen würden, dann würden wir Zeilenumbrüche und sowas am Ende entfernen. Sie wäre deutlich komprimierter, aber nicht mehr so schön zu lesen, wenn wir uns den Code mal angucken würden. Schlussendlich ersetzen wir dann halt noch je nach Status der jeweiligen Komponente. Also wenn der Pin an ist, ist er I auf 1 gesetzt. Und wenn I aus ist, erhalten wir eine 0. Und dementsprechend setzen wir dann halt das Bild, also entweder Image on oder Image off. Und das mache ich halt für die rote, grüne, gelbe LED und für das Relais. Und in der Variable Webseite, welche unsere Webseite enthält, ersetzen wir unsere Platzhalter, welche ich ja zuvor definiert habe, durch die Werte für die Bilder. Also in dem Fall, ob das Bild halt an sein soll oder Bild aus, also die Leuchte, die dann angezeigt wird, an oder aus. Und zum Schluss liefern wir wiederum die Webseite an den Client aus. Eigentlich ganz einfach. Schauen wir es nochmal an, starten das kleine Programm und wie hier zu sehen, benötigen wir jetzt diese IP-Adresse und die geben wir jetzt mal in den Browser ein. Ich verwende hier Google Chrome, aber das funktioniert auch mit jedem anderen, belieben Browser. Wenn ich die jetzt eingegeben habe, dann siehst du hier unten gleich, dass eine Verbindung aufgebaut wurde, also der Response. Und wenn ich eine LED aktiviere, dann sehen wir auch den Request mit Toggle ist gleich 0. Und wenn ich jetzt mal in meine IF-Bedingung gucke, dann prüfe ich bei Toggle ist gleich 0. Es wird die rote LED angesprochen, also wird die rote LED auch aktiviert. Und wie Eingang zu sehen, funktioniert das mit allen LEDs und mit dem Relais. Das Relais hört man auch so ein bisschen klacken, man sieht auch die kleine rote Leuchte dann halt angehen. Und damit möchte ich jetzt nun dieses kleine Video beenden. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!